Hallo liebe Leute, ich begrüße euch heute aus St. Gombertus in Ansbach in Mittelfranken bei Nürnberg. Dies ist die Kirche, in der ich vor über 25 Jahren konfirmiert wurde. Für Österreich auch ein wichtiger Ort, denn hier in diese Gegend sind eben die Exzolanten aus verschiedenen Teilen vom heutigen Ober- und Niederösterreich hergekommen im 17. Jahrhundert. Zwei Dinge möchte ich heute tun. Zum Ersten möchte ich euch die Aktion der Vertreter der digitalen Kirche in Österreich vorstellen und zum Zweiten möchte ich dann gleich einen Beitrag zu dieser Aktion leisten. Also das Erste, die Aktion der digitalen Kirche in Österreich. Die Kolleginnen und Kollegen, die da aktiv sind, haben sich überlegt, dass wir auf Pfingsten hin, wo wir die Ausgießung des Heiligen Geistes feiern, aber immer auch so ein bisschen als Spitzname sagen, das ist der Geburtstag der Kirche, werden wir den Hashtag dasistkirche bespielen. Also ihr könnt euch auf zwei Weisen beteiligen. Entweder indem ihr auf den verschiedenen sozialen Netzwerken den Hashtag dasistkirche abonniert oder indem ihr eure eigenen Beiträge zu dem, was ihr mit Kirche erlebt oder was ihr Besonderes seht von der Kirche, dass ihr das dort einstellt und mit diesem Hashtag verseht und dann haben wir vielleicht am Geburtstag der Kirche ein paar schöne Beiträge dazu. Und das sehen könnt, ist diese Kirche anders als die allermeisten Kirchen, die wir uns, die wir in Österreich gewohnt sind, zumindest die evangelischen. Eine überaus prächtige Orge mit einem Rokoko-Barock-Prospekt. Jetzt seht ihr hier das zweite prächtige Element in dieser Kirche, die wunderschöne Kanzel, auch mit einigen Goldverzierungen und direkt darunter der Altar. Hier ist das dritte prächtige Element in dieser Kirche, der sogenannte Fürstenstand. Da war der Platz des Margrafen von Ansbach mitsamt seiner Frau und wahrscheinlich seiner Familie. Der Wipp-Bereich der Kirche und so wie im Wipp-Bereich in Fußballstadien konnten die Herrschaften dann auch entscheiden, ob sie die verschiedenen Elemente des Gottesdienstes mit geöffnetem Fenster genießen oder eher mit geschlossenem Fenster. Diese Kirche war der erste Ort, wo ich eigentlich bewusst Gottesdienste miterlebt habe in der Konfirmationszeit. Und in dieser Kirche war es, wo ich mir gedacht habe als Jugendlicher, Gottesdienst feiern möchte ich auch. Ich war schon immer ein etwas komisches Kind und so ist die erste Idee entstanden, Pfarrer zu werden. Für mich ist also immer, wenn es um Kirche geht, ist es immer St. Gumbertus in Ansbach. Das ist das, was ich mir vorstelle. Die Liturgie, die ich damals erlebt habe, ist die, die ich im Hinterkopf habe. Und die ist schon viel traditioneller, als wir es in Österreich gewohnt sind zum Beispiel. Pfarrer und Pfarrerinnen singen ganz viel zum Beispiel. Die Einsetzungsworte sind auf gregorianische Weise gesungen. Etwas, wo man in Österreich ja schnell mal Angst hat, dass der Pfarrer oder die Pfarrerin katholisch geworden sind. Also das war mein Hashtag. Das ist Kirche. Diese Kirche mit den prunkvollen Elementen, mit der gesungenen Liturgie, mit vielen Menschen, die hier waren. Hier waren früher ja am Sonntag im Gottesdienst immer regelmäßig. Ich denke 150, 200 Leute. Und dann bin ich an verschiedene Orte gekommen, im Studium nach München. Und dann habe ich ja in verschiedenen Orten in Österreich gearbeitet und komme jetzt, ja teilweise Sonntag für Sonntag oder mehrmals in einer Woche herum und sehe immer überall andere Traditionen. Und als ich noch nicht so geübt war im kirchlichen Herunkommen, war bei meinem Erstkontakt immer, es ist ja ganz anders als in St. Kompertus. Die Kirche schaut anders aus, die Liturgie ist anders. Man macht dies nicht, man macht das nicht. Das ist nicht Kirche. Denn das ist Kirche. Ich habe gelernt von den verschiedenen Orten, von den verschiedenen Traditionen, dass das alles durchaus auch Kirche ist. Und ich bin dann oft, wenn ich jahrelang an einem Ort war, bin ich weggegangen und beim Zurückdenken habe ich mir gedacht, naja, ich war ja ganz schön arrogant zu denken, dass ich alles weiß und die Leute hier wissen gar nichts und ich muss denen das erst mal erklären. Jedes Mal, wenn ich als Superinternin in eine Gemeinde komme, ist es auch wieder ein bisschen anders. Und wenn ich da jedes Mal denken würde, ich habe mein Hashtag, das ist Kirche dabei und alles, was ihr macht, ist sowieso nichts, dann könnte ich ja nicht glücklich werden. Deshalb möchte ich dazu ermutigen, zum einen beim Blick auf neue kirchliche Erfahrungen mit einem offenen Herzen hinzugehen. Natürlich hast du dein Hashtag, das ist Kirche dabei, bei mir eben immer Sankt Gombertus. Prächtige Kanzel, prächtiger Altar, der Fürstenstand, die prächtige Orgel, die Traditionen hier. Als Jugendlicher habe ich noch das Abendmahl im Knien bekommen. Es musste so sein. Das ist Kirche. Aber dann, wenn du woanders hinkommst, merkst du, auch das ist Kirche. Also das eine öffnet euer Herz, dass ihr offen seid für andere Erfahrungen. Ihr könnt immer noch wissen, wo ihr zu Hause seid. Aber andere können auch tolle Dinge machen. Und das Zweite beim Umgang miteinander, dass wir wissen, andere haben auch solche Sehnsüchte und dann ist es vielleicht auch leichter, miteinander umzugehen, wenn man weiß, es ist nicht nur meine Emotion, sondern es gibt auch andere Emotionen von anderen Leuten. Ja, meine kleine Geschichte aus und mit Sankt Gombertus in Ansbach. Beteiligt euch, wie gesagt, an der kleinen Aktion Hashtag, das ist Kirche. Abonniert den Hashtag, bringt eure eigenen Beiträge und sagt vielleicht auch anderen, dass wir unsere Kirche Jesu Christi gebührend feiern am Pfingstfest in ein paar Tagen. Alles Gute aus Mittelfranken. Wir sehen uns dann wieder das nächste Mal in Österreich. Ciao, ciao.